Vor allem die grossen Häuser, die es hier gibt, also die Hochhäuser. Das ist schon ein grosser Unterschied zu uns, den wir in der Schweiz haben. Und auch, dass es sehr viele Leute hier hat, angehende Sportler, die Profis werden wollen und auch die vielen Volunteers auf jeden Fall. Volunteers kommen zu dir und fragen dich, kann ich einen PIN haben, kann ich ein Foto mit dir machen, was machst du, wie heisst du, wann kann man dich zuschauen und interessieren dich wirklich sehr dafür. Und das ist etwas ganz, ganz Schönes.